Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, Let's Play Minecraft. Ich bin der Nils und ich werde heute mal ein bisschen Minecraft mit euch spielen und es für die Anfänger unter euch noch ein bisschen einsteigerfreundlich erklären. Ja, also, ich erkläre euch erstmal die Spielweisen. Das ist einmal der Einzelspieler, da könnt ihr spielen, wenn ihr keine Freunde habt oder halt wenn ihr einfach mal Lust habt, alleine was zu bauen oder alleine die Welt zu erkunden. Mehr Spieler, da könnt ihr spielen, wenn ihr dann Freunde gefunden habt und mit denen Lust habt zu spielen, von normalem Bauen bis hin zu Survivalve Games oder Bad Wars. Was diese Spielmodi sind, werde ich euch das nächste Mal erklären. Dann gehen wir mal weiter zu Minecraft Realms. Das ist eigentlich dasselbe wie Multiplayer, da könnt ihr mit ausgewählten Freunden spielen und gebt halt Mojang Geld dafür, dass ihr diesen Server haben dürft. Spiel beenden, das machen wir jetzt lieber nicht. Und die Options. Hier könnt ihr halt euer Spiel ganz individuell anpassen, von Grafikeinstellung bis hin zu Steuerung oder Sprache. Das lassen wir aber alles einfach so. Und wir fangen da mal an mit Einzelspieler. Hier seht ihr, ich habe schon ein bisschen rumprobiert mit der Einzelspielerwelt. Ja, die Welt nehmen wir mal lieber nicht da. Dann stellen wir eine neue, damit kann ich euch das alles hier einmal erklären. Ja, die Welt nennen wir mal Let's Play 1. Ja, 1. Okay, dann hier seht ihr die Spielvarianten, würde ich besser sagen. Von Überleben, ein bisschen zu Hardcore oder Creative. Das finde ich sehr gut, dass es so viele Spielmodi gibt, weil dann könnt ihr auch individuell gestalten, ob ihr denn ganz normal spielen wollt, hier im Überleben-Modus, wo ihr euch Sachen sammeln müsst, aber auch unendlich sterben könnt und immer wieder respawnt, nur dass ihr eure Sachen verliert. Dann Hardcore, das ist genauso wie Überleben, nur halt schwierigste Variante. Und wenn ihr einmal tot seid, wird die Welt für euch gelöscht. Dann hier Creative, da ist es für die Baufreaks unter euch und für die Architekten. Da könnt ihr ganz frei Bauwerke bauen und unendliche Rohstoffe habt ihr da. Dann hier geht es nochmal weiter zu weiteren. Wir spielen aber lieber mal in Überleben, dann kann ich euch das alles gut zeigen. Weitere Weltoptionen, das hier ist erstmal unwichtig, das kann ich euch. Mal erklären, wenn ihr es wollt. Hier die Bauwerke, das sind Tempel, Festung, Dürfer, alles NPC-Gesteuerte, also was der Computer von sich aus erstellt. Dann hier noch Welttypen, Standard, Flachland, große Biome, also große Landschaften, zum Beispiel große Wüsten und große Wälder. Zerklüftet, ah, das würde ich lieber nicht machen. Und Standard. Hier, Cheats erlauben machen wir mal an, das ist sehr gut, weil bei Minecraft gibt es sehr, sehr viele Commands, die du selber dann eingeben kannst, um dir das Spiel weiter individuell zu gestalten. Bonus-Droh machen wir auch mal an, damit wir ein paar eigene Dinge am Anfang haben und ich würde sagen, erstellen wir die Welt mal. Mal gucken. Also, zu den Grundinformationen über Minecraft. Denn Minecraft wurde, also vor 2009 noch von Notch entwickelt, dem Minecraft-Entwickler, ja, von Notch entwickelt, dem Minecraft-Entwickler. Und der hat das Ganze in 66 Stunden entwickelt. Jetzt, in diesem Spiel, das ich jetzt spiele, stecken natürlich mehr drin als 66 Stunden. Aber die Beta, also die Alpha, die erste Version von Minecraft, wurde natürlich in 66 Stunden entwickelt. Dieser Notch gründete dann auch eine Firma, und Natsi Mojang, und die hat dann halt Minecraft auf den Markt gebracht. Hier sehen wir jetzt auch mal, wir schlüpfen in die Rolle von Steve. Den kleinen Steve, den spielen wir gleich, und müssen versuchen, für ihn, beziehungsweise mit ihm zu überleben. Und ich würde sagen, dafür sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen Nahrung. Ja, hier seht ihr unsere Anfangstruhe. Die schnappen wir uns mal, eine Steinaxt. Damit kann man Holz schnell abbauen, eine Holzspitzacke, damit kann man alles Mögliche unter Tage schneller abbauen. Holzaxt, das ist halt... Und die Holzaxte sind halt nicht so gut wie die Steinaxte, weil Steinaxte von höherem Material sind. Agazienholz ist halt von den Agazienbäumen, und Eichenholz ist halt von anderen Bäumen. Dazu erklären wir mal, wie ich das Ganze hier gerade steuere. Ich steuere das mit meinem Laptop, beziehungsweise mit der Tastatur und der Maus. Mit einem Rechtsklick öffne ich die Tour, und mit einem Linksklick kann ich schlagen, beziehungsweise abbauen. Das werden wir jetzt auch erstmal machen, denn Holz ist ziemlich essentiell in Minecraft, da man daraus, kann ich euch gleich auch mal demonstrieren, alles Mögliche craften kann. Hier. Steve hat natürlich auch Hunger, deswegen werden wir jetzt natürlich... Leider müssen wir jetzt noch ein paar Schweine töten. Aber wie soll man sonst überleben? Ja. Hier habe ich auch noch ein paar Schweine gesehen. Da. Okay, und ihr seht jetzt halt, hier unten sieht man, die Steinaxte hat vier Angriffsschaden, die Holzspitz hat nur zwei, das sieht man da dran. Wenn ich jetzt das Kuh schlage, einschlag. Ja, wenn ich es treffen würde. Zwei schlagen. Ja, zwei schlagen jetzt. Und hier mit der Steinaxt nur ein Schlag. Okay, dann werde ich jetzt, glaube ich mal, ein bisschen weitermachen. Hier, da hinten sehe ich gerade noch Schweine auf die Schnelle, denn wir müssen versuchen, bevor die Nacht hereintritt, müssen wir versuchen, so schnell wie möglich zu equipen, weil dann kommen Zombies, Skelette und andere Monster, die uns natürlich mit denen ans Lieder wollen, denn mit denen es nicht gut Kirschen essen. Okay, also... Dass ihr viel Nahrung habt, das ist ziemlich wichtig, weil ihr seht hier unten die Nahrungsleiste, wenn die auf 3 steht, könnt ihr nur noch so schnell laufen und wenn die auf 0 ist, dann verliert ihr ihr Leben und seid innerhalb von 10 Sekunden tot. Okay, dann kann ich euch jetzt auch mal erklären, was passiert, wenn ihr tot seid. Dann seid ihr in einem Titlescreen, könnt ihr respawnen, aber alle eure Sachen habt ihr verloren. Okay, ja, jetzt habe ich, glaube ich, auch mal wieder... Hier seht ihr, 22 rohes Schweinefleisch. Wenn ich jetzt sowas esse, mit Rechtsklick, füllt sich meine Hungerleiste wieder voll auf, also um 1,5 Leisten und ich baue mich mal unter die Erde. Hier seht ihr schon das erste Gestein, ich glaube, das ist Diorid und Andesid. Daraus könnt ihr da am Ende schöne Dinge bauen. Hier, da seht ihr dann den normalen Bruchstein, der kommt eigentlich am häufigsten vor und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Stein holen. Ihr seht, mit der Holzspitzacke dauert das schon ziemlich lange. Ja, was aber an sich auch realistisch ist, dass ihr das eben nicht mit einem Klick geht. Das finde ich sehr gut, dass das Minecraft in sich, ist Minecraft ja noch realistisch gehalten. Es ist nicht so, dass es vollkommen unrealistisch ist, aber es ist natürlich durch diese Grafik, die mir sehr gut gefällt, diese pixelige Grafik, ist natürlich doch ein bisschen surreal gehalten. Ich werde mir jetzt mal einen Steinsspitzacke machen, da kann ich euch demonstrieren. Hier, am Anfang sieht es natürlich schwierig aus, sich die ganzen Rezepte zu merken, mit zwei Stöckern und drei Bruchsteinen eben die Steinsspitzacke zu machen, aber da kommt ihr ganz, ganz schnell rein. Also das ist wirklich nur eine Sache der Übung. Hier seht ihr jetzt mal Steinsspitzacke, damit geht das relativ schnell und mit der Holzspitzacke dauert das eben wesentlich länger. Jetzt werde ich euch das mal hier, das Eisenerz, das können wir uns in die nächste Stufe des Werkzeugs machen. Das geht dann mit der Holzspitzacke beinahe gar nicht, das werden wir dann hier mal mit der Steinsspitzacke machen. Können wir das abbauen und uns equipen. Hier ist schon ziemlich viel Eisen, also das ist schon ziemlich gut für den Anfang. Da habe ich auch schon mal ganz andere Welten gehabt, oder zum Beispiel Gronkh, wenn ihr da mal den Anfang guckt, werdet ihr sehen, dass der am Anfang zum Beispiel nicht so viel Silber gefunden hat, ach, Eisen gefunden hat, was rede ich hier? Dass er nicht so viel Eisen gefunden hat. Da haben wir schon mal einen ganz, ganz guten Start hingelegt. Hier seht ihr einen Ofen, macht man eben aus 8 Bruchstein und in der Mitte lasst ihr einen frei. So, stellen wir den Ofen hier mal neben die Bergbank, rechts klicken den, hier unten muss ein, eben ein Brennstoff rein, da legen wir dann mal zum Beispiel Akazienholz rein und oben muss das rein, was ihr eben schmelzt, bis ihr sie brennen wollt. Ich nehme mal das Eisenerz rein und während das hier halt diesen Brennvorgang hat, werde ich euch noch mal ein paar grundlegende Informationen zum Minecraft geben. Wenn ihr nach diesem Let's Play zum Beispiel losbekommt, auch mal Minecraft zu spielen, könnt ihr euch das direkt bei Minecraft.net für 20 Euro downloaden, wenn ihr denn schon 6 seid, aber das solltet ihr eigentlich alles sein. Dann, falls ihr es noch nicht gesagt habt, Minecraft wurde, doch, das habe ich schon gesagt, in 66 Stunden eben programmiert. Ja, und wurde dann von der von Marcus Landgren gegründeten Firma Mojang auf den Markt gebracht, die eben jetzt neulich für 2 Milliarden Euro von Microsoft gekauft wurde. Also das ist schon eine Stange Geld, die in diesem Spiel steckt, beziehungsweise wo Microsoft sich erhofft, noch eine Menge Geld zu verdienen. Ja, übrigens, wir spielen auf der Version 1.8.7, die neueste Version, die im Moment existiert. So, jetzt kann ich euch das auch schon mal zeigen. Damit wir eben für die Nacht und für die Zombies gewappnet sind, machen wir uns jetzt mal ein Eisenschwert. Das hat hier 6 Angriffsschaden. Hier seht ihr das, 3 Angriffsschaden, 2 Angriffsschaden und 4 Angriffsschaden. Damit machen wir eben wesentlich mehr Schaden. Da muss noch mal ein bisschen Brennstoff rein und weil ich jetzt auch dieses hohe Schweinefleisch durchbraten möchte, mache ich mir am besten einfach noch einen Ofen. Dann geht das eben doppelt so schnell und ich kann 2 verschiedene Werkstoffe durchbraten. Zack. Schicht den mal wieder hin. Und jetzt seht ihr, ich habe kein Holz mehr, deswegen lege ich da... Oh doch, ich habe noch Birkenholz. Aber ich könnte auch die Holzaxte reinlegen und dann oben das Fleisch. Das verwandelt sich eben auch in einen Brennstoff, der aber natürlich nicht so effektiv ist, wie würde ich da Birkenholzstämme reinlegen. Okay, dann gehe ich mal... Ich kann euch nochmal demonstrieren, wofür diese Steine zu nutzen sind. Ja, also da könnt ihr jetzt in dieser Werkbank aus dem Granit, könnt ihr euch aus viel Granit einen polierten Granit machen und das sieht halt, wenn ihr das mal vergleicht, Bruchstein und Granit, das hilft euch natürlich, wenn ihr Häuser baut, schöne Häuser zu bauen. Seht ihr das? Das sieht schon viel edler aus. Okay, also, wenn ihr euch jetzt überlegt, Minecraft, naja, ist jetzt ein gutes Spiel, aber warum sollte ich mir das kaufen? Hat halt eine schlechte Grafik. Dann würde ich sagen, ich kann euch jetzt nochmal ein paar Tipps geben, weil ihr könnt euch das Ganze natürlich mit Resurse-Packs aufpolieren, das mache ich zum Beispiel privat sehr gerne. Und mein Fazit zu diesem Spiel ist natürlich, ihr könnt sehr viel machen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Wie ihr hier schon seht, ich kann alles durchbraten, alles schmelzen und alles Mögliche machen. Also, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge, die auf meinem Kanal erscheinen wird. und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.